Huch, wir brauchen ja auch die Sitzung. Gute Frau. Ja, vielleicht. Ja, lass mich da einfach liegen. Ja, ich rede gerade mit Derry und weg bist du. Okay. Bist du mal. Das ist ja schnell. Okay, die Katze geht ab. Okay, nicht nur der Geist ist aggro, Papi, sondern auch Chris ist Katze. Der ist sauer aggro. Wie gesagt, ich habe einen aggressiven Kater. Der Kater ist von einem Geist besessen. Ich glaube auch. Ja, gib mir Bier. Gib mir Football, okay. Ja, du bist gestorben, weil du ein Bier getrunken hast und Football gespielt hast. Und ich habe mir das Genick dann gebrochen, weil ich über diesen Baumstamm gestorben bin. Dating. Du könntest dich schon mal wieder rasieren, Christina. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Ich bin rasiert. Du, dein 3 Tage Bart. Nee, 10 Monats Bart, weißt du. Versteck dich schon mal da rein, ich hole die Puppe. Ja, spielt mit der Puppe, ihr zwei. Ich schaue euch von außen zu. Wutz. Wir planen schon die nächste Schneeparty zusammen. Schneeparty. Ja. Christian, dich machen dann schön Schneeengel ohne Hose, ne? Wa? Ey, da komme ich vorbei. Nö. Du kannst wieder nach Judy greifen, ne? Und dann denkt jeder, du meinst, äh, unsere Verkürze. Du willst jetzt wirklich wissen, was ich da unten gemacht habe. Unsere laute Judy dann. Mit dem Arsch den Boden gewischt, ne? Ach, Mozi. Mozi, Mozi, es ist kalt, wir möchten nicht Gassi. Ja, aber wenn du Gassi gehst, dann bitte ohne Hose, ja? Ja, Mozi. Nackt Gassi gehe. Du darfst nur Hose anziehen, wenn du Nudeln holst. Genau, Mozi. Im Prison stehen stabile Schreibtische, über die man sich beugen kann. Also, so theoretisch. Äh, was? Was sollen wir machen, unsere Prison? Über die Schreibtische beugen? Ja. Äh, okay. Berry, was machst du mit ihr? Ich? Ja. Sie hat mich angehaucht. Hat sie dich angehaucht oder mich? Weiß nicht, ich hab's sehr nahe gefühlt. Mein Ohr ist noch ganz feucht. Sehr schön. So muss es doch sein. Ja, aber geht es jetzt. Das ist einfach so ein rundes U, wo an beiden Seiten ein Dildo dran ist, ne? Das ist ein weiblich-weiblicher Adapter. Nein, doch nicht so. Ich hab meine Ohren, tu mir weh. Wenn du schüchtern wärst, würdest du nicht streamen? Sie mich damals, nicht ich sie. Ich hab sie damals ignoriert. Chrissy, bereit machen? Okay, also Chrissy ignoriert am Anfang alle, die sie gerne hat. Nö. Heftig, ne? Also, im Endeffekt hat sie uns gar nicht gerne, weil zu uns war sie gleich. Richtig. Sie hat direkt gesagt, lass zusammen spielen. Alles klar. Moment, Moment. Wir sind nur Mittel fürs Zweck. Und der schaut gleich rein. Winst, glaube ich, Zimmer. Was? Ähm, in einem Zimmer mit einem Globus drin. Globus? Hier ist ein Globus am Klavier. Nö, das ist Bad. Äh, mit einem Bett. Großer. Müsste oben sein. Wahrscheinlich, ja. Ja, bei mir. Ich hab's, hinner. Ich find's immer geil, wenn die Leute sagen, hier bei mir. Hier bei mir. Hier bei mir. Ja, da musst du schon mir sagen, wo genau. Wir haben Finger. UV. Ja. Nach hinner. Ich hab das pro Max, weil ich brauch halt große Dinge. Äh. Ja, dass du große Dinge willst, ist mir schon klar. Du sollst mich nicht schon wieder an meinen Brüsten begrapschen. Ähm. Ja, die hier piept. Nummer drei. Hier piept. Ich hab Mund. Irgendwas geworfen? Wo hat gepiept? Küche. Wenn du jetzt sagst, hier, ne? Küche, hab ich eben gesagt. Okay. Oh, oh. Was war das? Ich hab den Regen aufgehört. Boah, und ich stand eben noch im Haus und es war dunkel, ey. Ich weiß. Du hast mich erschrocken, du. Alter, ich dachte, ey, wo toll, jetzt bin ich hops gegangen. Du kleines Miststück. Ich musste grad niesen und mein Kater schaut mich einfach so dumm an, ne? So, na, was machst du da? So, wie kannst du nur niesen? Na, das Riedschrapport hast du noch nicht fotografiert? Ne. Keller? Hm. Immer noch im Keller, junge Daumen. Was braucht man noch? Ich dachte, es hat vielleicht schon jemand hochgetragen. Willst du damit spielen? Dann. Ich spiele immer gerne mit Brettern. Was? Ich glaube, aber nicht nur mit Brettern, ne? Oh, ja. Guck mal, Kerzen, hat der ausgepustet? Ich bin sonst unschuldig. Das sag ich auch immer. Und mir klappt kein Sau. Na gut, mit ihr ist schon vorbei, ne? Man muss Derry entscheiden, ob sie ab und zu freitags will. Oder ob man es immer freitags machen mit ihr. Wir machen es mit ihr immer. Wir machen es immer mit ihr. Das muss sie entscheiden, wie gesagt. Ich mache es auch hin und wieder an anderen Tagen, ja? Nicht nur Freitag und Sonntag. Ich meine, ich passe mich da Derry an, wann sie es machen will. Okay. Oh Gott. Aber ohne zieh zu. Oha. Darf er nicht zuschauen? Der hat mir so oft das Herz gebrochen. Nein, ich brich dir doch nicht das Herz. Wie sieht denn aus? Wenn du ihn am Schwengel ziehst. Also ich sitze gerade sehr bequem auf dem Herrn Doktor. Oh, du sitzt schon wieder auf, Doktor. Warum bin ich hier drin? Ist er einmal über mich drüber gerutscht. Hammer, ne? Sollen wir euch kurz alleine lassen? Ja. Nein! Ja, lass mal runtergehen. Warte mal. Samuraischen, die? Das vor mir ist jetzt Grezi, ne? Genau. Bissi nickt mal. Gut. Ich bin der... Meist, frisst Grezi. Nein! Oh, ich gehe. Nicht deinem. Rechts. Bin ich doch. Was ist mit dir? Es sah immer aus, du gehst links. Nein. Siso ist ein LKW, der muss ausscheren. Genau. Im Hintern. Ich habe euch Spielzeug gebracht, noch die Glocke. Siso weißt, wie du ganz tolle Geräusche machen kannst. Also, Derry, ich weiß ja nicht, was der wird da drin. Aber das sieht aus wie so ein Paarungstanz. Ich schau mir das gerade von draußen an. Ah, du auch, ja? Ich spanne ein bisschen rein. Das sieht sehr witzig aus, ja? Der Geist versucht halt, das stärkste Glied in der Kette als erstes rauszunehmen. Also war es halt dein Glied. So, jetzt haben wir es. Okay, das reicht mir dann. Warum bin ich dann als erster gestorben? Mozi, bitte nicht kleppen. Mozi, nein, pfui, pfui. Ja, siehst du mal. Hat jeder Puppe gespielt, oder? Nein. Nein. Die haben andere Sachen gespielt. Das kam aber schnell. Ja, du willst es gerne. Ich habe mir was ganz schönes anderes gespielt. So. Abwart. Mit der Gummipuppe. Genau die Map, ja. Ich gehe wieder, ne? Also ich habe da noch so eine schlechte Erinnerung an dieser Map. 4,5. Ja, das ist zu kalt für normal. 4,0. Das ist im Allgangsbereich. Das Problem ist, wir haben auch keinen Strom mehr an, ne? Das ist egal. Draußen hast du immer 8 Grad. Beziehungsweise bei Schnee hast du. Ja, aber da drüben habe ich 3 Grad gehabt. 5,5 bis 6,5. Drum ist noch an. Ich habe schon gesagt, sieh so. 5,5 bis 6,5 normal, Schnee, Außentemperatur. Ja, klar. Alles klar. Ich hatte auch, aber... Darf ich mal reden? Alles unter 4,5... Nein. Nein, darfst du nicht. Und alles unter 4,5 ist Geist. Aus. Ja, aus. Daneben an hat die 3. Aus. Aus. Ich bewerf dich mit dem Frosch. Mach das. Frosch. Dann wenigstens. Aus. Vers. Aus. 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 Vielen Dank.